Heyo Leute und willkommen zu einem neuen Video bei Pet Simulator X Leaks. Und zwar hier bei Twitter. Es tut mir leid, dass ich in den letzten Tagen leider keine Videos gemacht habe. Ich war krank. Und es gibt auch mehr hinter dem. Wenn ihr den genauen Grund haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da. Dann werde ich es vielleicht auch machen. Aber beginnen wir mal mit den Leaks. Als erstes wäre der erste Leak am 25. Mai. Es werden Hardcore Pads sein. Man weiß nicht, wird das eine Seltenheit oder beispielsweise über Dark Metal oder sowas. Das wissen wir nicht. Aber das ist das Pet-Icon und das ist der Hardcore-Pad. Ich denke, es wird eine Seltenheit. Was denkt ihr? Als nächstes haben wir hier noch einen Hintergrund. Einen schönen, sonnigen Hintergrund. Das wird zu einer neuen Welt schön passen. So etwas zum Entspannten. Wir werden das sehen in den nächsten Leaks. Hier schon. In diesem Video. Hier auch ein bisschen sonnig. Sieht eigentlich aus wie das normale. Aber lassen wir es. Dann gibt es noch das hier. Es gibt diesen Luchs sozusagen. Dann noch diesen Kamel mit einer Orange. Hm. Was soll diese Orange dazu tun? Dann gibt es noch einen Ninja. Einen Ninja Turtle. Eine Regenbogen Katze. Regenbogen Drache. Und der Regenbogen Bär. Ah, das könnten die Hardcore-Pads vielleicht sein. Es könnte sein. Und noch diesen einen Corgi. Nice. Und hier sind nochmal alle aufgezählt. Ich denke, die werden richtig cool sein. Das hier auch in Gold. Das war es eigentlich mit der Folge. Und adios. Und adios. Bis zum nächsten Mal.